Leise weht ein Blatt vom Baum und es ist nichts mehr so, wie es einmal war. Unbekannt. Als Madita so klein war, kannten wir sie noch nicht und da hieß sie Anna. Aber das ist kein Name für einen Hund und da sie aus Schweden kommt und ich Astrid Lindgren sehr verehre, habe ich sie nach einem Kinderbuch von Astrid Lindgren, Madita genannt. Mit neun Monaten habe ich Madita sehr verängstigt übernommen. Sie kam von Schweden zu einer deutschen Züchterin, zu einer anderen Züchterin und dann zu mir. Das vierbeinige und zweibeinige Rudel hat ihr Zuversicht gegeben und Festigkeit und so hat sie im Laufe der Zeit ein schönes Selbstbewusstsein entwickelt. Ihr Geburtsland eingeschlossen hat sie insgesamt zehn Länder kennenlernen dürfen. Madita war immer gut drauf und hatte ein sonniges Gemüt. Und wenn sie besonders gut drauf war, hat sie uns das gesagt. Und mit einem Nieser wurde das Ganze untermauert. Bei dieser Szene ist sie pitschnass, weil sie ins Wasser gefallen ist und Uli war schon bereit, selbst ins Wasser zu gehen, um sie rauszuholen, aber dann hat Madita sich doch selber befreien können. Wir werden immer bekannt sein für die Spuren, die wir hinterlassen. Dakota Indianer mit einer anderen Züchterinnen und Züchterinnen und Züchterinnen und Züchterinnen. Ausatmen Us Friend Ausatmen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alles hat seine Zeit, sich begegnen und verstehen, sich halten und lieben, sich loslassen und erinnern, der kleine Prinz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt fühlst du sie weg. Oh mein Gott! Du bist nicht mehr da, wo du warst, aber du bist überall, wo wir sind. Unbekannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ihr mich sucht, so sucht mich in euren Herzen. Habe ich dort eine Bleibe gefunden, bin ich immer bei euch. Dakota-Hindianer Niemand wird deinen Platz einnehmen. Aber die, die nach dir kommen, brauchen die Liebe und Zuneigung so, wie du sie hattest. Wer einen Fluss überquert, muss die eine Seite verlassen. Mahatma Gandhi Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020